Wie sieht ein zukünftiger Modus wie Wendi mit Russland aus? Modus wie Wendi mit Russland aus? Modus wie Wendi mit Russland aus? Wie sieht der aus? Und da macht es keinen Sinn, dass wir von Wünschenswerten oder von Gefühlen oder aus einem gesinnungsethischen Standpunkt kommen. Sondern meine Wahrnehmung ist erstens, Putin wird nicht weggeputscht. Putin wird eine Konstante sein. Er befindet sich mit den weitesten Teilen seiner Bevölkerung in einer absoluten Übereinstimmung, die zwar die Sowjetideologie vielleicht ablehnt, aber die alte Macht der Sowjetunion genauso wiederhaben möchte wie Putin.